Hey mein Freund, ich bin gerade unterwegs, hab so ein bisschen bei Google Maps geguckt, ob man hier irgendwo was findet in der Nähe und hab festgestellt, dass hier so ein kleines Minimäldchen ist. In den Minimäldchen waren ein paar Sachen noch zu erkennen, dass da mal eventuell was stand. Ich denke mal, es wird bestimmt bloß noch eine Urine sein. Ich hab ja gesagt, ich mach mich mal auf den Weg, guck mir die ganze Sache einfach mal an und musste natürlich feststellen, dass das hier, ja, ist einfach so ein kleiner Kram, aber alles gut. Kann man ja auf der anderen Seite gehen, wo man denn will. Aber mein Problem ist hier hinten alles komplett voll noch mit Maisfeld. Alle wissen so, ich baue ich Maisfeld, Schweine, auch nicht ganz so geil. Ich hab ja gedacht, okay, nimmst du die Drohne mit. Wollt ja sowieso ein bisschen mit Drohne fliegen. Und da ich jetzt nicht hingekommen bin, war ich jetzt schon mal im Vorfeld, bin ich ein bisschen mit Drohne rumgeflogen und hab's einfach mal mit Drohne ein bisschen gefilmt, ein bisschen fotografiert. Werd dann nochmal herkommen, wenn Ölfelder abgenäht sind und guck mal ein bisschen einfacher ran. Und dachte, okay, sehen wir das Video aber trotzdem schon mal. Also, ein kleines Video für euch als Teil 1, Teil 2 folgt noch. Freut euch auf die Aufnahmen, sind schon ein paar schöner mit bei. Okay, bis dahin, ich wünsche euch bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.